Heute spielen wir, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, eine Runde Dark Souls. Okay, wollen wir hier lang, Finsterwurzgarten. Gehen wir doch mal rein. Uh, das Wasser sieht aber auch gut aus, ne? Oh, sche... Ich hab gedacht, das wäre ein Busch. Er ist tatsächlich ein Gegner. Okay, schließt's. Äh, äh... Als ob... Mama! Hilfe! Kommt der da mit? Kommt der danach? Offensichtlich packen die einen. Okay, sollen wir da mal hochgehen? Ich hab ein bisschen Angst. Ah, ich hab was fast gedacht. Schließt's. Ich hab mir fast gedacht, dass der uns da runterschubsen will. Oh, scheiße. Da fall ich da runter. Da fall ich doch auf jeden. Ist da unten Loot? Was ist das denn? Das bewegt sich. War das irgendwie... War das so ein... War... War das ein Loot-Mob? Den ich jetzt nicht bekommen hab. Ach, das schmeißt gute Schads fürs Schmieden. Ich hab mir's fast gedacht. Verdammt. Ah, guck mal hier. Da ist Loot. Okay. Ja, da gehen wir runter. Achtung. Easy. Krass. Heftige Rüstung. Bedeutet das, dass wir jetzt die Fast Roll haben? Wenn wir die Rüstung anziehen. Nee, ist nicht die Fast Roll. Dann können wir im Prinzip die andere Rüstung auch anlassen. Wenn die uns nix bringt. Und ich so, hä? Das ist doch hier alles viel zu offen. Das ist doch irgendwie... Ist das doch... Das ist doch irgendeine Falle, oder was? Guck mal, hier sind auch Leute gestorben. Der hat was getrunken. Krasse Roll. Roll, roll. Und tot. Hm. Was ist da passiert? Was war das denn? Hat er einen Jumpkick gemacht, oder was? Oh Gott. Was ist da hinten? Da... Oh Gott, was... Oh ne, das sieht aus wie ein Boss. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Boss. So groß ist kein normaler Mob. Oh Gott, was mit den Typen? Hm, die sind... Okay. Der kann springen. Guck mal grad... Uuuh. Der hat... Da hat schon der nächste geedit. Ich weiß, wo die Blutflecken herkommen. Weißt du was? Wenn man die jetzt beide fertig... Was los, hä? Oh Scheiße. Ja, ja. Ja, traut euch nicht mehr, hä? Okay, der traut sich dann doch. Schlieb's. Boah. Seine Reichweite einfach mal erhöht. Der Penner. Schlieb's. So. Siehst du denn, da hat der andere direkt keinen Bock mehr. Kann ich aber auch verstehen. Pass mal auf, ich trinke jetzt was. Demonstrativ. Auch ein bisschen, um Dominanz zu zeigen. Nice. Okay, ich fühle mich, als hätte ich gerade einen Boss gekillt. Dabei waren es einfach zwei Randoms. Guck mal, wir wären von hier schon angegriffen von dem Vieh. Wie, das ist eine Hydra. Kann ich mich dahinter verstecken? Da ist ein Blutfleck. Vielleicht, vielleicht doch nicht so, hä? Wo kann ich mich so dahinter ver... Aha, easy. Ja, komm ran. Wenn du jetzt direkt wegesnipet, Freund. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ja, okay, der... Ja, da ist ein riesiger Blutfleck. Kann ich mich dahinter verstecken? Ich verstecke mich halt auch einfach klüger, als der vorne. Da vorne ist Loot. Der ist so saugroß. Okay, scheiße. Ich will eigentlich nur den Loot. Und dann umdrehen. Und dann gehen. Guck mal. Baiten. Brennen. Rollen. Sterben. Steh auf. Wir gehen. Weil wenn wir da sterben, kriegen wir... ...die Seelen nie wieder. Uh. No-Look-Dodge. Easy. Great success. Wir gehen jetzt wieder hoch, füllen unsere Flasks auf, gehen wieder runter und lassen uns hart verprügeln. Hm. So machen wir es. Weil ich will eigentlich auch mal testen, wie viel Damage ich an dem Boss mache. So einfach um abzuschätzen, lohnt es sich jetzt schon, dass ich mich mit dem prügel oder nicht. Wir gehen mal schnell zum Schmied. Da, da aussieht der. Gut, äh... Gucken, ob wir uns da irgendwie Waffen verstärken. Ja, ja. Ausrüstung reparieren. Wir reparieren jetzt mal unser Katana. Ach, vier Seelen. Easy. Nimmst du mit? Machst du fünf. Kein Problem. Okay, wo war der Busch-Typ? Da vorne ist er. Oh. Das ist ja wie Nemesis bei Dead by Daylight. Ach, jetzt sind ja wieder die Kristalltypen am Start. Heftiger Action-Roll. Gleiche Blinde. Krass. Kann ich hier den Bogen auswählen? Da. Langbogen. Wie kann ich denn jetzt switchen? Kann ich switchen? Ich kann switchen. Ich hab wahrscheinlich die... Die Pfeile. In dem falschen Slot, hä? So. Ja. Was passiert jetzt? Oh, kann man machen, ja? So. Die Hydra ist fällig. Sag mal. Schließ. Oh, shit. Oh, fuck. Ah, easy. Springen bringt dir da nix. Ich sag dir. Ja, okay. Eine riesige Kristallkeule bringt dir dann doch schon mehr was, ja. Oh, oh. Ach, komm schon. Wegen zwei HP. Ach, Mann. Schon wieder so viele Flasts. Verschwendet. Okay, den Rest lassen wir von der Hydra machen. Hoffentlich. Die hat aber auch... Uh. Scheiße, ich bin voll reingerannt. Die hat aber auch ein Aim, du. Das kraft mich halt an, Mann. So war das nicht gemeint. Okay. Okay. crouching. herm вещollt. Vielen Dank.